Wir sind heute in Erfurt im Club von Helden, Riesending, Riesenschuppen, Riesenbühne, mega geil und ich hab grad ein Fahrzeug. Und immer ich, das ist nicht normal. Hallo, 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 hallo. Das ist nicht. Mit jedem Haps ist sie im Mund. Fünfer, bitte. Welche Fünfer? Keiner. Bisschen salzig, aber handig und recht salarmig. Wir sind direkt mit dabei, Willis. Es krenger den schlimmsten.